Was bisher geschah... Was? Ich geh weg hier. Ich geh weg. Hallo. Das gefällt mir nicht. Das macht mir Angst. Irgendwas stimmt halt mit dem... Geschreckt mich nicht so. Das heilige Papier. Das heilige Papier. Geil! Das gefällt mir. Das heilige Papier. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit diesem Video. Und wir sind in der siebten Etasche, sehe ich... Ach ne, das ist ein Fragezeichen. Sah jetzt gerade so aus, von hinten sieht es aus wie so eine 7. Oder sah aus wie eine 7, gerade. Für mich? Dachte schon. Es geht weiter runter. Ich bin die Map übel squeepy, echt. Und gut. Ding! Äh, okay, hallo? Das ist ein Lagerfeuer. Da ist ne... Okay, ich nehm mal die Enderperle mal raus. Oder Enderauge. Ah, jetzt kann ich jetzt nicht mehr rein oder raus. Jetzt geht's nicht mehr. Auge auf, Auge zu. Ah! Zu. Wie viele Etagen hat das Gebäude? Entweder stimmt was mit dem Aufzug nicht. Ding! Da ist ein Phantom. Da kann ich draufklicken. Ha, geil! Das wird immer größer, wenn ich da draufklicke. Ui! Irgendwann habe ich Performance-Schwierigkeiten. Wenn ich den noch größer mache. Geht der überhaupt noch größer? Ja, natürlich. Oder auch nicht. Ich klicke einfach mal hier die ganze Zeit drauf. Ich spam mal. Ich spam mal meine rechte Maustaste. Passiert aber nix mehr. Okay, tschüss! Das war jetzt mir irgendwie auch creepy. Hallo? Äh, ich stelle mich mal in die Mitte. Wir beschwören Satan. Möhe der jetzt mit uns in Kontakt treten. Mit uns und mit unseren Wölfen. Jetzt in dieser Sekunde. Tritt mit uns in Kontakt! Oder auch nicht. Ja, jetzt habe ich ein Ende-Auge. Ein Handy. Was will man mehr? Geld wäre noch cool. Okay. Bauen sich die Blöcke gerade... Ah, selbstständig. Ab. Was passiert hier? Das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an, finde ich. Hört mal zu. Ja, das war's auch wieder. Ich muss mal wieder meine Sounds hier ein bisschen niedriger machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie laut es ist. Das erfahre ich meistens erst beim Schnitt. Ich nehme mit Fabs auf, dann kann ich nur eine Audiospur aufnehmen. Das ist das Problem. Alternative könnte ich auch DxStory nehmen. Habe ich auch. Aber dann habe ich richtige Performance-Schwierigkeiten. Die Map sieht ja eh schon sehr viel Performance. Also dann ist... DxStory Contra-Produkt... LOL. Hört mal zu, da kommt auch wieder eine Musik. Ich höre jetzt mal auf zu labern. Ich finde das voll episch irgendwie und schön. Warte mal, ich ändere mal kurz was. Ich mache mal Screenshot. Das könnte ich gut aus Thumbnail hernehmen. Das war's auch schon wieder. In der ganzen Zeit, das sounds laut, sounds leise. Die ganze Zeit. So. Weiter geht's. Ich weiß nicht, wie lang die Map noch geht. Das kann auch eine XXL-Folge werden. Auf jeden Fall mache ich daraus einen Einteiler, weil die Map ist übelst geil. Ich feiere die extrem. Ich würde gerne mehr solche Maps spielen. Uh, jetzt hat's wieder geleckt. Da ist zu. Da geht's nicht runter. Ich dachte ja schon. Warte mal, ich kann da durchschwimmen. 1.13. Fällt mir gerade ein. Hallo. Au. Was war das gerade? Ach, das war, glaube ich, ein Kanal und ich bin jetzt da durchgeschwommen. Okay, das war, das war geil. War gar nicht mal so schlecht. Das ist mir gerade eingefallen. 1.13, wenn man schwimmt, kann man durch einen Block, ein zu einmal einen Block durchschwimmen. Fitnesshuhn. Komm, lass uns mitmachen. Autsch. Ja, pass doch mal auf. Ich will auch fit mitmachen. Ich kann nicht mehr, Leute. Das ist anstrengend. Das ist ein Huhn fitter als ich. Und vor allem, wie schnell wird das Huhn noch? Ja, pass mal auf, wo du hinrennst. Nein. Hühnchen. Wir waren so gute Freunde. So gute Freunde waren wir. Jetzt geht die. Ja, komm. Geil. Ich will das Auto. Her damit. Her damit. Gib. Lass mich da hin. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob das gut für ein Thumbnail ist. F10. Ich mach mal mit Fabs ein paar Screenshots. Screenshots. So. Ich muss dann später aussortieren, was am besten ist. Ich find die Map übelst geil. Ich find die Map übelst geil. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr selber spielen. Was kommt jetzt? Okay, was ist das? Okay, ist ein Trampolin. Hui. Yeah, macht es Spaß, Leute. Das macht so richtig Spaß. Hui. Ja. Moment. Moment, Moment, Moment. Stopp. 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 F5. Das ist die F5-Taste. Da ist offen. Achso, ist der Aufzug. Achso, ich dachte ja schon. Ich dachte, da ist gerade was aufgegangen in der Wand. Ich hab jetzt gerade irritiert. Au. Nein. Nein. Wie viele Etagen gibt's hier noch? Horroraufzug. Ding. Okay. Okay. Äh. Okay, jetzt lagts. Hab ich lag gehabt. steckt's wieder. Das hat jetzt gerade mir Angst gemacht. Ich werd das mal unter Horror-Map einkategorieren in meiner Playlist. Weil da einige Horror-Stellen sind. Komm, geht zu, bitte. Danke. Ich hab ja schon Panik bekommen hier. Wie gesagt, das ist Vanilla. Minecraft 1.13 Vanilla. Ich kann das vielleicht euch mal zeigen. Hier. Seht ihr ja. Ich hab, das Einzige, was ich installiert hab, ist Optifine, um Performance-Probleme vorzubeugen. Hier ist ein Badezimmer. Okay. Hier ist eine Dusche. Hier gibt's aber keinen Wasserhahn. Also ein Duschkopf. Toilette. Äh. Spiegel. Okay. Ist aber ganz normal hier. Da. Nein, mein Handy! Mein Handy! Ich hab mein Handy verloren. Kann ich niemanden mehr anrufen. Auch gut. Was kommt jetzt? Ui, was ist das? Lol, was? Ist das ein Tisch? Was macht da ein Tisch an der Wand? Was macht da ein Tisch an der Wand? Ey. Äh, sag mal. Okay. Okay. Das hat mich jetzt mega verwirrt. Wie lang geht denn die Map noch hier? Ja, Leute, da beende ich jetzt die Folge, da die Aufnahme ziemlich lange ging. Falls ihr mehr sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit meine Videos bei euch in der Abo-Box angezeigt werden. Somit sehen wir uns dann bei der dritten Folge dieser Map und sage auch Ciao mit V, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Das hat mich dann bei der dritten Folge. Und dann bei der dritten Folge. Dann bici das ist продолжend. Und dann bei der dritten Woche. Wie